Kaum eine Antriebstechnik hat Audi so geprägt. Es hatte mir ganz einfach die Idee gefallen und die Vision, ein Auto zu entwickeln, das es in der Form noch nicht gab und der Welt zu zeigen, dass wir das besser können. Die Idee des Allradantriebs hat für Audi Automobilgeschichte geschrieben. Um etwas mehr über die Entstehung der Quattrotechnik zu erfahren, muss man nach Hameln in Niedersachsen fahren. In einem kleinen Industriegebiet lebt heute der Mann, der vor 35 Jahren für Audi als Leiter der Vorentwicklung die Quattro-Antriebstechnik erfunden hat. In Ingolstadt kommt der Chef der Fahrwerksentwicklung zu Walter Treser und schwärmt von den Fahreigenschaften eines VW Iltis, einem Geländewagen. Er hatte so den flapsigen Satz gesagt, wenn wir den Iltis mit mehr Leistung hätten, dann würde ich sie alle nass machen. Das war so seine Vision, einen starken Iltis zu haben, der dann im Schnee überlegene Fahreigenschaften hat. Ich hatte mir die Meinung vertreten, wir sollten einen sportlichen Pkw machen, einen Coupé, einen Zweisitzer mit 2 plus 2, irgendeine schöne Leistung und Vierradantrieb. Ab dem Februar 1977 beginnt Treser mit seinem Team von 12 Mann, den ersten Audi mit permanentem Allradantrieb zu entwickeln. Sechs Monate später, im November 1977, ist der erste Audi Quattro fertig. Der Urquattro. Intern heißt er A1. Das A steht für Allrad, die 1 für den ersten Allrad. Das Basisfahrzeug ist ein Audi 80 mit leicht gestrecktem Radstand und einem Turbo-Fünfzylinder mit 200 PS. Walter Treser und seine Kollegen absolvieren viele Testkilometer, bis die neue Antriebstechnik dem Gesamtverantwortlichen Ferdinand Pirch vorgestellt wird. Für eine Testfahrt in Österreich lässt sich Treser eine Überraschung einfallen. Wir hatten am Anfang gesagt, wir machen nur Reifenerprobungen und so und haben die dann auch überrascht mit dem Vierradantrieb. Und der Pirch am Steuer von unserem ersten, einem der ersten Prototypen, als sie an der Thuracher Höhe angehalten haben, wo neben Leute Schneeketten montiert haben. Und Pirch ist mit den Sommerreifen im stiebenden Schnee davon geschossen. Der Allradantrieb im Urquattro überzeugt und besteht alle internen Tests. Jetzt blieb nur die Frage nach dem Namen für den neuen Antrieb. Ich hatte schon die ganze Zeit versucht, einen Namen zu finden, der aber nicht nur ein Name ist, sondern der ein Gattungsbegriff werden könnte. Und dann kamen wir eben auf Quattro mit Doppel-T und R. Das rollt also viel besser. Die Audi-Marketing-Abteilung in Wolfsburg wollte aber den Namen Karat durchsetzen. Und ich hatte vorher gehört, dass es ein Parfüm gibt von 4711, so ein einfaches Hausfrauenparfüm. Als es dann in dieser Sitzung des Karat vorgestellt wurde, habe ich dann gesagt, ihr wollt doch das schöne Auto und nicht nach dem Hausfrauenparfüm da und habe das Fläschchen gezeigt. Und das hat mir natürlich keine Freunde gebracht, aber am Ende geholfen, das Quattro durchzusetzen. Zum zweiten Mal setzt sich Walter Treser durch. Damit konnte der Audi Quattro mit permanentem Allradantrieb im März 1980 der Weltöffentlichkeit auf dem Automobilsalon in Genf vorgestellt werden. Während die Allradtechnik in die Großserie kommt, geht Walter Treser in die Motorsportabteilung und nimmt sein Allradkonzept mit. Auch hier stellen sich schnell die Erfolge ein. 1981 gewinnt Franz Wittmann die Jenner Rallye in Österreich mit über 20 Minuten Vorsprung. Dieser Vorsprung oder der Auftritt hat gereicht, um also die gesamte Motorsportwelt auf den Quattro und die Vierrad-Idee aufmerksam zu machen. Heute gibt es kein Rallye-Auto mehr, das nicht Vierradangetrieben ist. Aufmerksamkeit erreicht Walter Treser auch, als er die Französin Michelle Mouton in sein Werksteam holt. Die erste Frau in der Rallye-Geschichte. Mit ihr gewinnt er die Rallye San Remo. Technisch ist der Audi mit Allradantrieb den Konkurrenten mindestens zwei Jahre voraus und lockt 1984 Rallye-Legende Walter Röhrl ins Werksteam von Audi. Alle wollen das erfolgreichste Auto der Rallye-Geschichte fahren und mit der Quattro-Technologie Siege feiern. Nach mehr als 20 Rallye-Siegen steigt Audi 1986 aus dem aktiven Rallye-Sport aus. Auch Walter Treser hat Audi bereits verlassen und macht sich selbstständig. Heute betreibt er einen kleinen Fan-Club. Hier bewahrt er seine beruflichen Erinnerungen und Fahrzeuge auf. Aus einer Idee heraus hat Walter Treser die Antriebstechnologie von Audi neu definiert und bis heute die Fahrdynamik wesentlich geprägt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017